In diesem Video zeige ich dir alles, was wir über das Aussehen von Ark Survival Ascended wissen. Für alle, die nicht auf dem neuesten Stand sind, Ark Survival Ascended ist das Remaster von Ark Survival Evolved. Dabei wird Ark Survival Evolved von der Unreal Engine 4 in die Unreal Engine 5 übertragen. Ansonsten, Ark Survival Ascended wurde mit einem lächerlich hohen Preis angekündigt, die Community hat sich beschwert, Wildcard ist zurückgerudert, jetzt sei man einigermaßen angemessen im Preis. Doch wie sieht Ark Survival Ascended nun aus in der Unreal Engine 5? Ja, Bäume sehen jetzt anders aus. Auf den ersten Blick ist das vielleicht nicht so ein riesen Ding. Wenn man aber mal ranzoomt, beziehungsweise näher rangeht, dann sieht man eben, dass der Baum schon deutlich besser aussieht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt auch große Wälder in Ark, dann sieht das Ganze schon richtig, richtig gut aus. Und es wird richtig zur Atmosphäre von Ark Survival Ascended beitragen. Die Loot Drops werden sich auch verändern. Die sehen jetzt ein bisschen mehr aus wie eine Drohne, beziehungsweise erinnern die mich auch sehr stark an die Droidika aus Star Wars. Und es sieht vor allem jetzt so aus, als würden sie tatsächlich auf dem Boden landen und dort auch richtig aussetzen und nicht mehr einfach so in der Luft schweben, wie das vorher der Fall war. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Schlafsack, Werkbank, Mörser und Stößel und auch der Kochtopf werden sich verändern. Also so wie eigentlich alle Dinge, nur haben wir da jetzt halt schon Bilder zu. Habe ich aktuell nicht so wirklich eine Meinung zu, weil es verändert sich nicht wirklich viel, bis auf so ein paar Details eben und ist für mich deswegen jetzt einfach auch nicht so ein Riesending. Und es sind nun mal Gebrauchsgegenstände, das heißt man wird eh mehr im Inventar zugange sein, als dass man die Dinger sieht. Also entweder wird man sich sehr schnell daran satt gesehen haben und das gar nicht mehr so wahrnehmen, weil es dann der Standard ist oder es passt sich richtig schön in die neuen Strukturen mit ein. Und neue Strukturen ist das Stichwort, weshalb ihr auch auf das Video geklickt habt. Bisher hat uns Studio Wildcard Holz und Stein gezeigt, wie sich das Ganze verändern wird. Das ist für die meisten PvE-Spieler auch das Relevanteste, was es so gibt. Also kaum jemand baut, glaube ich, aus dem Teil, weil es einfach nicht so schön ist, wie ich finde. Was auf jeden Fall im Vergleich von Ark Survival Evolved und Asa auffällt, ist, dass man nun deutlich mehr Platz über dem Kopf hat. Es wirkt also nicht mehr alles so zusammengedrückt und so eng wie vorher. Ja, dann fällt die Helligkeit, beziehungsweise wie sich das Licht auch am Raum verteilt, auf. Wenn wir uns einmal Ark Survival Evolved angucken und da auf die Fackeln schauen, dann sind die zwar da, aber spenden nicht so wirklich Licht. Weil Ark Survival Ascended ist das dann anders, da haben wir so einen richtigen Lichtkegel, der dann auch den Raum ausfüllt. Und generell wirken die Farben gesättigter als vorher. Das ist aber beispielsweise auch bei Counter-Strike 2 der Fall. Das wird ja gerade auch aus der Unreal Engine 4 in die Unreal Engine 5 übertragen. Und so haben wir nochmal ein bisschen mehr Sichtbarkeit quasi. Und Sättigung von Bildern beispielsweise ist auch das, wo YouTuber mitarbeiten, um euch auf Thumbnail klicken zu lassen. Weil scheinbar mögen wir das, wenn Bilder einfach gesättigter sind und die Farben so richtig knallen. Ja, außerdem sind dann die Strukturen auch deutlich detailreicher als vorher. Und die Details sind auch viel deutlicher. Und teilweise verändern Strukturen auch ihr ganzes Aussehen. Wenn wir uns einmal die Geländer angucken bei Ark Survival Ascended und bei Ark Survival Evolved, dann fällt auf, dass das Gelände doch ziemlich anders aussieht. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, ist so, dass Ark Survival Ascended ein bisschen gemalt aussieht. So Cartoon-Comic-haft irgendwie ein bisschen. Finde ich persönlich nicht schlecht, ist mir eben nur aufgefallen, dass es so ein bisschen aussieht, gerade wenn man ein bisschen näher rangeht. Ja, und beim Holzbild sehen wir dann bei Ark Survival Ascended eben noch ein neues Regal. Das sehen wir jetzt bei Ark Survival Evolved nicht. Bin ich auch mal gespannt, was da kommt und was für Items noch ins Spiel kommen werden. Aber bei all der Euphorie lasst uns das Ganze doch auch mal ein bisschen kritisch betrachten. Also ich bin gerade bei den Vergleichen von Holz und Stein von Ark Survival Evolved zu Ark Survival Ascended sehr euphorisch, beziehungsweise sehr angetan. Ich finde das einfach sehr, sehr schick. Aber wenn wir uns mal jetzt die Kochtöpfe angucken, wie sie vorher aussahen und wie sie jetzt aussehen sollen, dann muss ich sagen, dass mein Kochtopf nie so dunkel aussah, wie er hier dargestellt wird. Das heißt, Studio Wildcard trickst dir so ein bisschen mit den Kontrasten, um die einfach nochmal deutlicher hervorzuheben, um uns das eben zu verkaufen. Und das finde ich jetzt bei diesen Gebrauchsgegenständen auch gar nicht so schlecht, weil es tut sich ja nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Die sind ein bisschen gesättigter, die Farben einfach, es ist einfach ein bisschen heller. Kontraste sind mehr da und das ist jetzt nicht so eine große Veränderung. Also das kriegt man ja schlecht verkauft einfach. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wenn wir nochmal ein bisschen genauer auf die Steinstrukturen gucken, dann kann uns Folgendes auffallen. Bei Ark Survival Evolved leuchten die Klimaanlage und der Fabrikator nicht. Bei Ark Survival Ascended schon. Und da spielt Studio Wildcard natürlich auch wieder mit dem Licht und mit den Kontrasten und so weiter. Und das Ding ist, dass die Klimaanlage und der Fabrikator auch schon vorher geleuchtet haben. Also in Ark Survival Evolved gibt es das eben auch. Und zwar immer dann, wenn du die Maschinen oder Geräte eingeschaltet hast. Ist also nichts Neues. Wird uns aber so ein bisschen hier suggeriert über die Bilder. Und das finde ich ein bisschen komisch. Beziehungsweise finde ich, dass Studio Wildcard das gar nicht nötig hat. Weil Ark Survival Ascended im Vergleich zu Ark Survival Evolved, vor allem bei den Bildern, die wir von Holz und Stein haben, überzeugt mich auch ohne, dass da jetzt irgendwelche Lichter an sind oder nicht. Was auch noch interessant ist, beziehungsweise was diesmal anders ist bei dem Release der News, Alle Community Crunches, die bisher veröffentlicht worden sind und sich mit Ark Survival Ascended beschäftigt haben und dort irgendwas veröffentlicht haben, sozusagen was wir noch nicht wussten, hatten immer zwei Fragen zum Schluss. Wo ist das Gameplay und ist das alles, was ihr bisher getan habt? Und das ergibt auch durchaus Sinn, weil diese Fragen einfach aufkommen. Ich meine, wenn wir uns jetzt nochmal die Werkwinke angucken und das im Vergleich sehen und das wird uns als News verkauft, dann ist das nicht wirklich überzeugend, beziehungsweise nicht so ein Ding, wo man sagt, boah, ich brauche auf jeden Fall Ark Survival Ascended, ich kann ohne dieses Spiel nicht leben, wie krass sieht das denn aus? Dem greifst du die Wildcard also so ein bisschen vor und entschärft ein bisschen die Situation, wie ich finde, doch beim aktuellen Community Crunch gibt es diese Fragen und Antworten nicht mehr, sondern man blickt, wie ich finde, optimistisch in die Zukunft und freut sich darauf, in naher Zukunft noch weitere News zu veröffentlichen und auch neue Sachen von Ark Survival Ascended zu enthüllen. Tja, und das kann man jetzt so deuten, dass es eben bei Ark Survival Ascended schon mit großen Schritten vorangeht und man nun selbstbewusster ist, dass man nach und nach jetzt auch Sachen releasen kann und wir vielleicht sogar bald Gameplay sehen. Wenn dir das Video hier gefallen hat, dann empfehle ich dir dieses hier, da zeige ich dir, wie mein einen Kakarodontosaurus sind.